Das Gameplay-Update 2.5.0 ist jetzt da. In diesem Video zeige ich dir alle Neuigkeiten. Es gibt jetzt an jeder Bushaltestelle Anzeigetafeln mit Spielernamen von den Busfahrern und die Ankunftszeit. Ein neues Auto ist da. Der Wolfsburg T6 erblickt Hamburg. Er ist für alle Polizeiabteilungen, für Bürger und den Rettungsdienst da. In Läden wie zum Beispiel der Totschart gibt es jetzt eine Anzeige, wie viele Artikel in einem Paket enthalten sind. Es gibt außerdem neue Einsätze für Rettungsdienst und Feuerwehr. Um das ganze Spiel flüssiger zu machen, wurden auch massive CPU-Verbesserungen vorgenommen. Das ganze Update-Lob ist in der Videobeschreibung verlegt. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.